so da bin ich wieder und ich bin bewaffnet mit einem college block mit einer skurrilen zeichnung drauf und einem bleistift also ich habe jetzt diesen raum hier also so wie er ist mit den drei festen blöcke in der mitte und diesem rumgang drumherum neunmal gezeichnet und werde jetzt versuchen in der richtigen reihenfolge durchzulaufen und jeden fehlversuch zeichne ich ein also erstmal gehen wir zum startpunkt der startpunkt ist da unten also ich glaube jetzt so wie wir es bisher gemacht haben einmal zu dem dann zu dem dann zu dem dann zu dem dann zu dem da haben wir eine entscheidungsmöglichkeit vorher nicht wirklich also klick klick zwei klick drei entscheidungsmöglichkeit also ich zeichne ein wir sind darum gelaufen da 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 und stehen jetzt hier fest also gehe ich einfach mal nach unten durch und guck was passiert das zeichne ich ein markiert ist auch mal ein pfeil damit ich weiß in welche richtung ich gelaufen bin kein klick nix okay fangen wir von vorne an wir gehen jetzt wieder den weg bis wir keine entscheidung haben jetzt mal nicht das könnte ich jetzt gehören ich lass die falsche zaubern und ein level ab ja schön aber dass wir hier hat monster gespawnt haben irritiert mich ein bisschen mehr und unsere helden haben ganz viele status mitteilung so du musst was essen du musst auch was essen und du bist überladen hat immer anders noch hunger aber du kannst essen tragen so ich war das eben dann doch richtig also wir gehen einfach noch mal den weg und gucken ob jetzt noch ein gegner gespawnt wird und diesmal sind wir vorbereitet klick der sind gerade da gespawnt klick ein beutel mit schriftrolle wasser blut tropfen blüte und mit gritt macht einen trank der geschwindigkeit trank der geschwindigkeit okay damit haben wir das gelöst na gut will ich nicht mehr kann das hätten wir also auch erledigt dann gucke ich mal testweise wieder unseren stecken kann ob es da neue stecken gibt also ob es wirklich unendlich viel essen gibt oder nicht das wäre ja schon ganz praktisch zu wissen aber ich höre schon wieder heftig rumschleimen ja so muss das sein vermehrt euch hier schlagen wir uns gleich im bauch voll eben alles mit was wir tragen können machen die tür wieder zu also soviel zu meiner angst dass die fackeln ausgehen bisher haben wir immer noch überall irgendwelche fackeln gefunden und essen scheinen wir auch mehr als genug zu bekommen wobei ich dadurch jetzt erleichtert bin zum einen dass ich mir nicht ganz viele sorgen machen muss aber auch ein bisschen enttäuscht zum anderen denn ressourcenmanagement ist mit am interessantesten für mich bei rollenspielen also wann setze ich welche tränke ein wann setze ich schriftrollen ein bomben und so weiter und gerade jetzt was nahrung angeht wäre das eine super sache wenn es auch mal knapp werden würde aber na gut vielleicht übersehe ich irgendwas grundlegendes und wir kommen irgendwann nicht mehr zurück in dieses gebiet und wo laufe ich gerade hin ich sehe vor lauter ernst nicht wo ich bin ja also das wäre noch schön wenn es irgendwann wirklich mal irgendwas knapp werden würde und die gehen ja immer schwerer werden das kann man ja umgehen aber wenn man irgendwann kein essen hat das kann man nicht umgehen da muss man neu anfangen und wenn man gezwungen ist neu anzufangen dann ist ein spiel wirklich schwierig vorher ist es immer nur eine herausforderung so genug geklug scheißert wir haben ein level ab feuer magie das setzen wir gleich hoch denn viel unbedingt den die aufstufung von dem feuerwald bekommen aber da fehlt ein punkt ärgerlich dafür hat er jetzt ein punkt in stärke bekommen was gar nicht mal so schlecht ist denn keiner mehr tragen so was haben wir hier hallen des feuers feuerwald vorbereiten passenderweise eine feuerbombe ja sind ja auch die hallen des feuers und magiereingang und das schon wieder so eine fratze na gut gucken wir erstmal hier dann eine krabbe ja backstabbing die krabbe nein die war zu schnell 110 schaden und wir haben noch kein upgrade von dem feuerwald der wird so abgehen wenn wir das haben also nächster level wird super für schickner ja schickner boah was hab ich mir den namen bloß gedacht die kann man sich ja also kann ich mir nicht wirklich merken auch wenn sie ziemlich eigentümlich sind konchima klicknack und schickner ach geht doch also das war krabbe nummer eins ist ja noch eine krabbe nummer zwei da ist eine druckplatte und da ist eine fratze ich denke mal da kommt was raus speichern wir mal kurz in einem neuen slot ab nur so für den fall ich will nicht das rumwusel rätsel nochmal machen und das dann nicht schaffen bumm ok das war jetzt nicht au schlimm wie ich dachte oh das kommt immer weiter alles mitnehmen weglaufen schnell weglaufen und seitenschritt wusch ein brennendes ist ja gut wir gehen ja schon weg komischeste monst also ein brennendes schwert haben wir bekommen was sehr cool aussieht und was wahrscheinlich feuerwelle schmeißen kann mal gucken ob wir es auch so benutzen können ich denke mal schon also ja ein feuerweilschmeißendes schwert das ist praktisch was war das andere eine schriftrolle die schriftrolle für den feuerweil ja gut hätten wir uns das probieren auch sparen können auch wenn das bei dem feuerweil nicht sehr lange gedauert hat aber irgendwie sind das wirklich die hallen des feuers erst mal diese komische feuerkugel dann den feuerweilspruch ein feuerweilschwert und ein feuerweilspuckendes gesicht ich schmeiße jetzt einfach mal einen feuerweil da rein tada ja passt doch schön schön da ist wieder eine neue druckplatte ich schlafe mal lieber denn ich will nicht gleich wieder einen feuerweil in die seite bekommen das wäre ja nicht so toll irgendwie regeneriert sie seinen mana recht langsam aber ich glaube er hat von allen charakteren auch am meisten wir haben ja recht viele punkte in spellcraft bei ihm gestellt aber dass das so viel ausmacht das ist schon krass gucken wir mal er hat 158 mana oder er hat 146 nee er regeneriert nur einfach langsam warum auch immer Essen ist auch okay ist echt komisch Autsch da legen wir mal was drauf dann können wir mal gucken ob es durchgehend schießt oder ob es nur einmalig ist wenn man rauftritt scheint nur einmalig zu sein oh und die Pfeile können wir eigentlich auch hier lassen ne so ah wusste ich doch dass das da nicht hingehört schön es gibt doch noch mehr verschiedene äh versteckte knöpfe ich dachte echt es gibt nur diesen einen Ecke und dann den einen anderen aber nein schöne sache ein secret oh 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 nein wir haben einen zweiten gang nach unten gefunden oder ist es ja da ist der Hauptgang nach unten mach ich mal kurz ein Ding ins hin Haupt Gang und das letzte Mal dass wir einen zweiten Gang nach unten gefunden haben waren es die Schleime und die waren an der dritten Ebene schon richtig stark also dass wir bis zur sechsten Ebene warten mussten und dann wieder hoch ich wege jetzt nicht wie stark dieser sechten Dungeon da ist aber gucken wir mal ganz kurz runter die Kämpfer herausforderung na gut wir haben zwei Kämpfe wir haben eine Fakte die ausgeht bereiten wir die Feuerbälle vor auch wenn das nicht sehr kämpferartig ist äh wie kriegen wir die Tür eigentlich auf äh schön wir sind bei der Kämpfer herausforderung Tür einschlagen mit dem Kopf gegen die Tür gegen rennen was würde ein Kämpfer tun ja das war es so ziemlich hm also ich sehe hier nichts vielleicht müssen wir hier später hin keine neue Druckplatte die man irgendwo drücken kann ich klicke hier schon wie ein wahnsinniger Kämpfer herausforderung hm na gut ist wohl für später gedacht markieren wir einfach da Kämpfer Challenge machen wir es ein bisschen größer damit wir es später auch nicht übersehen so und dann gucken wir da lang na du spuckst nicht schön schön so Wald ziemlich leer zu leer also wenn es so länger so ruhig ist dann werde ich immer unruhig aber wenn keine Gegner da sind denn das heißt wir laufen garantiert gleich in irgendeine Falle rein wo ganz viele Gegner kommen was zur Hölle bist du okay da wird der Feuerball nicht viel bringen ach ausgewicht äh wir hatten noch Eiszauber richtig wie ging der nochmal äh 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 Eisshards das und das komm her du komisches brennendes kannst du nicht fliegen komm her komm rüber nicht nicht äh äh au 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 eh also ja es macht nicht viel Schaden aber es macht anscheinend wenigstens überhaupt Schaden Gucken wir mal ups der strafet ja auch du bist ja eine hinterhältige Socke so Heiltrank und äh ausweichen du solltest auch einen Heiltrank trinken so Eis Blitz komm um die Ecke boah das ist ja hin und her mit dem 500 Erfahrungspunkte das ist doch schick aber auch anstrengend so Blitz und Eis und äh ich würde eigentlich ganz gerne mal irgendwo schlafen können wir hier eine Tür zumachen nirgendwo eine Tür wir können einfach da unten bei den Kriegern schlafen so Fackel aus der Hand und ratzen ja aber schön wir haben einen neuen äh Geheimknopf entdeckt den wir vielleicht noch öfter sehen werden und eine neue Gegner hat die es in sich hat aber da muss ich ja schon richtig auf die Tasten hermen dass ich richtig ausweich und zum richtigen Zeitpunkt wieder angreifen kann und das ist schön vor allem dass es halt auch viele ups das wollte ich nicht viele verschiedene Gegner gibt das macht das ganze immer ein bisschen interessanter so Eis vorbereiten Blitz vorbereiten und weiter in die Richtung und wenn ich das richtig gesehen habe war dann noch einer von denen genau du nämlich jetzt probieren wir das ganze mal hier zu lösen und nicht in den komischen Gängen da hinten genau zack den werden wir glaube ich nicht backstacken können und auch nicht vergiften äh na ups ich schmeiß mal testweise in Feuerdingern jetzt mal gucken was passiert vielleicht heilt er sich ja das wäre cool kriegt nur keinen Schaden und versucht was her au klickt knackt kriegt ein Level ab und anscheinend sind jetzt alle von diesen Dingern tot das heißt wir machen Licht und leveln in Ruhe also was willst du du willst keine Erdmagie du willst Luftmagie und du willst eigentlich schon mal Richtung 27 gehen für den stärkeren Blitzschlag auch wenn wir noch keinen Blitzschlag haben so aber wir haben jetzt ein Level 19 Spell wir haben grad ein bisschen Mana über also probieren wir weiter aus wir waren bei Luft dem und alle anderen dann den und alle anderen und den und alle anderen dann haben wir alle drei Kombinationen durch glaube ich so ne 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 okay der den und alle anderen ach ja aber das kenn ich auch noch aus Dungeon Master Oh Unsichtbarkeit haben wir entdeckt dabei mussten wir den gar nicht entdecken weil wir ihn schon auf einer Schriftrolle stehen hatten aber äh gut wir sind jetzt unsichtbar was ja aber auch ganz praktisch sein kann mal gucken wie lange das hält den Knopf den drücken wir mal nicht wir wollen einfach nur unsichtbar durch die Gegend laufen so hält ja relativ lange genug um sich einem Oger vorbeizuschleichen und hier sind überall Knöpfe und Fallgruben das wird noch ein Spaß immer noch unsichtbar vielleicht sind wir auch so lange unsichtbar bis wir irgendeine aggressive oh ne jetzt ist weg ich wollte gerade sagen bis wir irgendeine aggressive Handlung vollziehen aber auch so jetzt super um sich an irgendwelchen Gegnern vorbeizuschleichen so da ist ein Schlüssel wir sind schon einem Knopf vorbeigekommen den werden wir jetzt drücken müssen äh ne wo war der da ist einer so das hat jetzt irgendwas gemacht und wir sollten markieren dass wir den schon gedrückt haben also wo sind wir da den haben wir gedrückt naja eigentlich eher den so den haben wir gedrückt irgendwo wird jetzt eine Platte hochgegangen sein und wir kommen an einen neuen Knopf ran hm nein nein ja Kopfsprung das war aber nicht wirklich der Plan oh und das schwer macht 93 Schaden wenn es mit dem Feuerball trifft das ist doch mal praktisch um genau solche nervigen blauen Viecher wie dich umzubringen äh Blitzschlag nein Feuerball so da komm äh so 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 zack usch noch einen ja gut zwei von den blauen Blüstern haben wir schon umgebracht und da kommt gleich der nächste ne das ist normaler da war ganz schön garstig okay hier und wir haben einen schon durch Kopfsprung umgebracht also es wären eigentlich vier gewesen da kommt noch einer ist da ein endlos Spot von den Viechern oh und Gorn ist hungrig hungrige Minotaurinnen sind bessere Kämpfer ganz bestimmt weil die wollen den Gegner einfach nur umbringen zerhexeln und aufessen nein das war jetzt ein Rassenvorurteil natürlich gibt es auch ganz viele Minotaurinnen aber unser Gorn ist ein Böser der muss einfach nur zerhackstücheln komm töte töte endlich so Heilkraut kommt mit wird auch gleich verarbeitet denn wir haben hier zwei leere Flaschen und das geht ja gar nicht so dich nochmal und dich nochmal und dich auch noch noch irgendjemanden heiltrank so er ist überladen mit einem leeren Sack den können wir ihm geben und hier flattern scheinen hier echt zu respawn oder es sind einfach nur tierisch viele so Blitzschlag geht daher und da liegt was aber erstmal kurz ganz leise und lauschen ne wird kein Flattern mehr was haben wir hier westmost also das was am westlichsten liegt äh wo ist Westen da ist Westen hier ist das westlichste sollen wir jetzt hier schlafen oh und wo ich gerade schlafen sage ich gucke gerade auf die Uhr wir sind schon weit über meinen 15 Minuten also LP 0 47 und ich gehe jetzt schlafen bis später